ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcarts wieder mal die kette nachdem wir jetzt drei wochen lang mit dem u-boot unterwegs waren müssen wir ja auch unter der woche mal wieder ein bisschen was mit kette machen nicht unbedingt panzer sondern heute haben wir mal die sturmgeschütze am start also was ist passiert vor einiger zeit hatte ich das große glück weil ich stöber ja immer bei ebay nach tagebüchern und da habe ich das tagebuch der sturmgeschützbrigade kann man das jetzt sehen ja tagebuch der sturmgeschützbrigade 190 nicht mehr bekommen so das packe ich dann erstmal mein regal und irgendwann habe ich dann die zeile und die muße und dann schmöge ich das ein bisschen durch und finde dann meistens auch abschnitte die mich interessieren und dann sage ich mir das könnte man vielleicht gut rüberbringen und was habe ich dann gefunden in diesem tagebuch natürlich sehr akribisch aufgeführt habe ich den zeitraum vom ersten april bis 30 juni 1942 mal rausgesucht so was macht diese ganze geschichte so besonders dass ich gerade diese drei monate beleuchten möchte natürlich spielt das auf der krim hat was mit der halbinsel kerch zu tun mit sevastopol und so weiter das ist ja momentan gar nicht so weit weg von dem was in der welt passiert und deswegen habe ich mir gedacht da gehst du einfach mal ran weil da ist ja auch wieder eine parallele so diese tagebücher sind aber auch sehr detailliert geschrieben das heißt wir steigen ein und quasi hören wir aus erster hand also quasi von dem stab was oder wer wie welches geschütz wo eingesetzt hat welche welcher zug wo eingesetzt worden ist mit welchen einheiten gekämpft worden ist auf welche dörfer vorgegangen ist und welche städte eingenommen worden sind also sehr akribisch das mag manchmal ein bisschen langatmig sein aber ich finde und das hat der benny sehr gut umgesetzt dass wir wir versuchen viel die orte einzublenden dass man immer so ein ja ich sag mal mit dem finger auf der karte verfolgen könnte wo man genau ist wobei wir haben hier ort in dieser ja in diesem tagebuch ich sage ich ganz ehrlich da bin ich echt ins fluchen gekommen weil ich die nicht mehr aussprechen konnte ich habe ja schon meine probleme mit dem französischen aber hier waren so ein paar russische dinge wo ich dachte die wollen mich wirklich verscheißern aber tatsächlich hat es die wohl mal gegeben die orte wir haben über unsere russland connection tatsächlich einige orte gar nicht wiederfinden können die haben wir dann halt nur eingeblendet aber nicht gefunden so welchen zeitraum habe ich schon gesagt und was wir in dieser geschichte oder im tagebuch erleben werden es geht einmal die vorbereitung für den einsatz kerch ist klar dann die durchbruchschlacht und die verfolgungskämpfe auf der halbinsel kerch die einnahme der stadt kerch und die erstürmung der festung sevastopol und das mit sturmgeschützen so jetzt muss man natürlich auch wissen dass diese ganze geschichte natürlich auch wieder kein happy end hat also wir werden vormarsch rückschläge wir werden natürlich todverluste auf beiden seiten wieder wie das in den kriegstagebüchern immer so ist feststellen und ich sag mal so trotzdem war es fand ich für mich sehr interessant das vorzutragen wir haben das in zwei teile gegossen weil das doch in einem teil zu lang wäre und jetzt ganz kurz noch mal so ein abstecher damit ihr euch vorstellen könnt was ist überhaupt eine sturmgeschützbrigade das blende ich jetzt hier mal ein was ihr hier seht ist also die sturmgeschützbrigade im zeitraum november 42 das kommt ja so ungefähr hin und da merkt ihr auch gleich wir reden hier auch von einer batterie also wie bei der artillerie weil die stucks sind ja sturmartillerie und die die bedienstgerade sind wachmeister das hat ja auch wieder was mit geschützen zu tun mit artillerie deswegen haben wir hier die erste batterie und immer diese fahrzeuge die ihr da seht also drei hintereinander ist immer ein zug und das heißt dann immer der erste zug der ersten batterie und so weiter und so fort das ist eine bild was ich euch zeigen möchte und das zweite bild genau das ist das zweite bild das ist dann eine sturmgeschützbrigade 44 und hier kann man an des bildes noch mal besser erkennen was der stabszug wäre was die einzelnen züge sind und wie die geschütze aufgeteilt sind so kann man sich das ungefähr vorstellen das heißt für euch wenn ihr dann diese bezeichnung hört wisst ihr so ein bisschen wie diese ganze brigade aufgeteilt ist so das war jetzt auch viel information am anfang wie diese ganzen sturmgeschütze in den verschiedenen technischen ausführungen sind darüber sind wir jetzt nicht mehr drauf eingegangen wenn ihr hat die bilder aber so unterlegt dass wenn ihr ein sturmgeschütz seht dann wird auch die bezeichnung dazu geschrieben es sind natürlich sturmgeschütze auch gezeigt worden die entweder noch nicht an der front waren oder vielleicht schon vorher aus der truppe rausgenommen worden sind für uns ist einfach nur wichtig wir haben erstmal sturmgeschütze mit reingenommen damit man sich so ein bild machen kann so sturmgeschützbrigade 190 krim los geht's der abschied von bachtschießerei liegt hinter uns eineinhalb wochen haben genügt die abteilung in den neuen unterkünften heimisch werden zu lassen die dritte batterie wird allgemein beneidet ihr quartier im schönen coctobel ist landschaftlich ganz herrlich dicht am meer in einer windgeschützten bucht liegend erinnert hier vieles an griechenland vor allem bei sonnenaufgang leuchten die felsen und das meer in den prächtigsten farben die zweite batterie hat in nasspinior zwar nicht den vorteil einer so ausgezeichneten lage es scheint aber so dass die möglichkeiten zusätzlicher mittags und abend verpflegung besonders günstig sind und dementsprechend ausgenutzt werden die erste batterie liegt etwas seit ab der großen heeresstraße in ak melis sie fühlt sich unbeobachtet und genießt den frieden eines griechendorfes stab und stabsbatterien liegen am westausgang von feodosia nicht eben gut aber vielleicht nicht unzweckmäßig es ist nicht weit zur entlausungsanstalt mit bad und zum kino feodosia ist zwar ziemlich zerstört die ruinen und die erhaltenen gebäude zeigen aber doch dass die stadt auch glücklichere tage gesehen hat die villen aus der zahnzeit erinnern an die jahre wo auch in russland noch kultur und geschmack zu hause waren die bauwerke des bolschewismus fallen in diesem rahmen besonders durch seelenlose nüchternheit auf die wenigen erhaltenen denkmale sind auch hier die elend genorten gipsungeheuer die so eindringlich die fruchtlosigkeit der sowjetischen kultur bemühungen enthüllen da richtet man lieber den blick hinaus aufs meer rechts und links erstrecken sich landzungen in sanften bogen tief in die blauen wasser die eine flach wird am horizont fast verschwindend die andere näher der stadt steigt steil an wunderbar ist der rundblick oben von kap ilgi vom asowschen zum schwarzen meer liegt die landenge von papatsch in überraschender deutlichkeit da nach westen türmen sich die bizarren felsen des jaila gebirges tief unten aber liegt die stadt geschenk gottes hat man in früherer zeit diese siedlung der fischer und küstenfahrer genannt zeugen der stolzen vergangenheit dieser stadt birgt noch ein museum unten an der strandpromenade der traditionslose bolschewismus scheint aber recht lieblos mit diesem museum umgegangen zu sein die menschen der stadt geben sich bunt und im allgemeinen freundlich das geschulte lanzeauge entdeckt manch gut gebautes und schwarzäugiges mädchen über allem strahlt eine frühlingssonne die auch die trümmer der stadt vergoldet wie alles eingerichtet ist und nun ernstlich mit der arbeit begonnen werden soll bricht von den klugen vorhergesehen das osterfest über uns herein zwar sind ströme und bäche programmgemäß vom eise befreit aber mit dem osterspaziergang wird es nichts regen und nebel lassen zum skatblatt und zum schachbrett greifen und abends zu alkohol buddeln so entsteht eine rechte gemütlichkeit die uns auch am ostermontag nicht verlässt auch in den folgenden wochen ist mancher abend der kameradschaft gewidmet bei angeregtem gespräch einem spielchen oder einem bescheidenen umdruck vergehen die frühlingsabende auch ohne frauen am 9 april 1942 wird die abteilung um 5 uhr 45 vom 1a des 30 armeekorps dem die abteilung für den großangriff kertsch unterstellt ist angerufen der feind greift seit dem morgengrauen nach starker artillery vorbereitung von panzern unterstützt an um 6.15 Uhr ergeht der befehl an die zweite batterie eine bereichstellung in der gegend sarigol zu beziehen die batterie verstärkt durch einen bereits eingesetzten zug der sturmgeschütz abteilung 249 wird der 132 infanteriedivision unterstellt und auf zusammenarbeit mit dem infanterieregiment 436 angewiesen der unterstellte sturmzug meldet sich um 9 uhr beim chef der zweiten batterie um 11.30 Uhr traf die batterie in der befohlenen bereitstellung ein der zug der abteilung 249 wurde zur bekämpfung eines eingebrochenen 44 tonnenpanzers eingesetzt der panzer fuhr rauchend davon geriet in ein minenfeld und explodierte da ein russischer panzer angriff gemeldet wurde bezog die batterie um 14 uhr eine lauerstellung die panzer griffen jedoch nicht an und die batterie konnte um 17.30 Uhr in die bereitstellung zurückgenommen werden am nachmittag fährt der kommandeur zur dritten batterie um den batteriechef hauptmann neta zur beförderung zu beglückwünschen nun sind sämtliche chefs hauptleute und es ist an der zeit dass auch der kommandeur andere schulterstücke bekommt am 10. april 1942 setzt der feind an der ganzen front seiner angriffe fort um 9 uhr erhält die zweite batterie den auftrag einen vor der hkl flankierend wirkenden panzer zu vernichten der zugleutnant wagner fuhr vor und vernichtete drei panzer durch volltreffer darunter einen 44 tonnen außerdem wurde eine feindliche infanterieansammlung von etwa 30 mann zerschlagen da der russe nach den hohen blutigen und materialverlusten seine angriffe einstellt wird die batterie um 15 uhr in die ortsunterkunft zurückgezogen der wehrmachtsbericht sprach von einem vollen abwehr erfolg der russe hatte in stärke von zwei schutzdivisionen und zwei panzerbrigaden angegriffen dieser glänzende erfolg unserer infanterie lässt uns mit noch stärkerer zuversicht in die zukunft blicken während der beiden angriffstage haben die beiden anderen nicht eingesetzten batterien ihre ausbildungsarbeit nicht ruhen lassen vor allem werden jetzt laufend funkübungen durchgeführt besonders eingehend wird mit der infanterie geübt am 13.04.42 übt die zweite batterie mit dem infanterieregiment 438 zweck der übung angriff auf eine ortschaft durch umgehung zusammenarbeit zwischen infanterie und sturmgeschützen zweitens einbruch eines pionier stoßtrupps in eine befestigte stellung im scharfen schuss diese übungen sind außerordentlich wertvoll da die meisten infanteristen noch nicht mit sturmgeschützen zusammengearbeitet haben am 16.04.42 kehrt leutnant erich nach einem besuch beim chor in kischlaff als oberleutnant zurück eine besondere freude ist es für die abteilung endlich wieder urlauber nach hause schicken zu können als erster fahren beinahe als mehrwunder angestaunt leutnant wagner oberschirmeister kranz die fast drei jahre nicht zu hause waren nun ist unsere hoffnung die dass der urlauber zug regelmäßig fährt und bei jeder fahrt auch von uns einige mitnehmen kann an einem herrlichen frühlings sonntag morgen wird eine gelände erkundung vorgenommen im ganzen ist die flachwillige gelände beschaffenheit für uns sehr günstig schwierigkeiten bereiten die noch feuchten wiesen im jetzigen zustand unsere geschütze noch nicht tragen jede stunde sonnenschein ist gewinn für uns am 20.04.42 wird hauptmann neta ferngetraut der kommandeur amtiert als standesbeamter selbstverständlich fehlt anschließend auch eine flasche sekt nicht damit muss sich auch der frischgebackene ehemann trösten er tut es mit etwas galgenhumor aber immerhin verheiratet ist verheiratet an den folgenden tagen reiht sich eine übung an die andere jede batterie übt mit den verschiedenen regimenten die abteilung richtet an der bahnlinie und glaubt mir jungs ich versuche mein bestes vladislavovka daln kamischli geht doch ein versorgungsstützpunkt für sprit und munition ein alle anzeichen lassen darauf schließen dass der großeinsatz nicht mehr allzu fern ist er wird uns in jeder form gerüstet finden die sonne wird erfreulicherweise von tag zu tag wärmer stukas lassen sich häufiger sehen und bombardieren russische feldstellung nachts sind die russischen bomber bei uns der angerichtete schaden ist jedoch gering den ersten mai scheint die russische zivilbevölkerung noch etwas feiern zu wollen zwar nicht mit umzügen aber sind sie doch sonntäglich gekleidet und scheinen noch weniger als sonst zu tun für uns bringt der erste mai das entscheidende stichwort der beginn der trappenjagd steht fest die letzten vorbereitungen werden sofort eingeleitet am abend noch empfängt die abteilung 40 kubikmeter sprit in starry krim damit kommen wir wohl bis kerch und weiter soll es ja vorläufig nicht gehen es gibt noch 100 dinge zu erledigen in syspheropol sind sechs neue geschütze also l41er angekommen ein abholkommando wird sofort in marsch gesetzt am abend wird der stichtag um 48 stunden verschoben am sonntag den dritten fünften werden die geschütze abgeholt sie werden heftig umkämpft denn auch die abteilung 197 erhebt ansprüche darauf es geht hin und her telefonate und persönliche vorstellung des kommandeurs füllen den tag aus am abend macht die 22 panzerdivision ebenfalls ansprüche geltend mit der nacht haben wir vorläufig gesiegt in den letzten stunden wurde unsere energie durch kontro und weinbrand aufrechterhalten es galt gleichzeitig den mit den neuen geschützen zu uns kommenden leutnant weber gebühren zu begrüßen am folgenden tag gibt die abteilung sechs kurzrohr geschütze an die abteilung 197 ab die langrohr geschütze bleiben endgültig bei uns das thermometer bewegt sich bereits um 20 grad der stichtag wird um weitere 24 stunden verschoben in den nächten ist eine verstärkte feindliche fliegertätigkeit festzustellen es sind viele blindgänger bei den russischen bomben die nächsten einschläge liegen 20 meter von der unterkunft der stabsbatterie entfernt schäden entstehen nicht zwei tage von dem einsatz erkrankt hauptmann cesar es muss eine umorganisation vorgenommen werden oberleutnant dr röwer übernimmt die führung der zweiten batterie leutnant ebinger füllt den adjutanten posten aus und leutnant bischof wird verbindungsoffizier verbindungsoffizier zu der 28 leichten division der wir für den angriff unterstellt sind leutnant dr probst übernimmt den nachschub von sprit und munition der letzte tag von dem einsatz bringt uns noch einmal sonne alle vorbereitungen sind sorgfältig durchgeführt mit großer spannung und ruhiger zuversicht sehen wir dem beginn der treppenjagd entgegen im tagesbefehl des kommandierenden generals heißt es wir sind das erste korps das in diesem jahr im osten antritt die augen des führers und ganz deutschland sind auf uns gerichtet zu beginn der operation auf der halbinsel kerch war die abteilung der 28 leichten division unterstellt zum angriff auf die papatschstellung und für die bildung eines brückenkopfes nach überwindung des panzergrabens wurde die abteilung mit dem jägerregiment 49 auf zusammenarbeit angewiesen nach eingehender gelände erkundung zahlreichen besprechungen und übungen erfolgt am 8 5 42 der angriff die batterien hatten in der nacht ihre bereitstellungsräume längs des bahndammes westlich dallen kamishi eingenommen die dritte batterie hat den auftrag das jägerregiment 49 bis zur erreichung der papatstellung und bildung eines brückenkopfes zu unterstützen danach sollte die zweite batterie vorgezogen werden und bei der erweiterung des brückenkopfes bis zum erreichen des tageszieles höhe nördlich armaeli eingesetzt zu werden erste batterie blieb zunächst in reserve um 3.37 Uhr mit beginn des ersten feuerschlages der artillerie rollt die dritte batterie nach vorne konnte allerdings erst ab vier uhr die infanterie wirksam unterstützen da die sich durch nebel und rauchschwaden stark behindert war die batterie wurde rechts und links der straße dallen kamischli armaeli mit je einem verstärkten zug also zwei kurzrohr ein langrohr eingesetzt zugoberleutnant buff mit drei geschützten rechts der straße beim ersten bataillon zugleutnant führen schuss links der straße beim zweiten bataillon in zügigem vorgehen wurde das erste angriffsziel der tatarnügel etwa gegen 4.30 Uhr erreicht damit war die erste abwehrlinie der russen durchbrochen da der angriff der infanterie vor allem rechts der straße besonders gut vorwärts ging befahl der abteilungskommandeur den sofortigen einsatz der zweiten batterie die mit einem zug links und einem zug rechts der straße den angriff der infanterie unterstützte die dritte batterie hatte ihre geschütze alle rechts von der zweiten batterie einzusetzen durch diese maßnahme des abteilungskommandeurs der hinter den beiden batterien den angriff mitfuhr und dem schwungvollen mitgehen der jäger gelang es bereits gegen sieben uhr in die parpatschstellung einzudringen um den einbruch zum durchbruch zu erweitern wurde nunmehr die reservebatterie also die erste batterie eingesetzt auch dieser angriff gelang die beiden anderen batterien konnten inzwischen munitionieren als sie wieder vor fuhren hatte sich die erste batterie fast verschossen und die frisch auf munitionierten allerdings durch ausfall geschwächten batterien kam gerade rechtzeitig um einen sehr gefährlichen durch starke panzerkräfte unterstützten angriff des feindes abzuschlagen hierbei wurden 24 panzerkampfwagen vernichtet im flüssigen vorgehen wurde gegen arm die kolchose arma eli erreicht und die batterien für die nacht bis zum papatschgraben zurückgezogen erstes geschütz oberwachmeister brückner total ausfall drei geschütze minenschäden ansatz und angriffsverlauf dieses tages bilden ein muster beispiel für den einsatz einer geschlossenen unterführung des abteilungskommandeurs stehenden sturmgeschütz abteilung als ausgesprochene schwerpunktwaffe der kommandeur befand sich zwischen beiden batterien er hatte funkverbindung zur reservebatterie und zum abteilungsgefechtsstand der sich mit dem gepanzerten führerwagen beim gefechtsstand des schwerpunktregimentes befand von dort hatte der abteilungsadjutant direkte funkverbindung zur division der die abteilung unterstellt war so konnte der einsatz der batterie direkt nach der jeweiligen lage erfolgen außerdem erhielt die division laufend lageberichte aus der vordersten linie zu einem erfolgreichen angriff braucht man dann nur noch eine infanterie die mit geht und das war hier der fall die mit schwung antreten den schlesischen jäger ermöglichten die überwindung des panzergrabens der uns in der vorbesprechung die meisten kopfzerbrechen gemacht hatte ehrliches wetter begünstigte den angriff und ermöglichte vor allem der luftwaffe einen fast pausenlosen einsatz ihrer schlachtflieger und stuka erst in der nacht fand die russische luftwaffe ihre aktivität zurück ohne allerdings allzu große schäden anzurichten die russische marine ließ ein oder zwei einheiten in der bucht von feodosia aufkreuzen sie wurden jedoch bald vertrieben am 9 5 42 verblieben die ersten und zweiten batterie an die dritte batterie blieb als reserve beim regiments gefechtsstand des jägerregimentes 83 die hauptaufgabe der geschütze war wiederum die übernahme des schutzes gegen die linke offene flanke gegen mittag wurde das jägerregiment 83 links vom regiment 49 eingesetzt hinzu kam die dritte batterie die inzwischen wieder drei geschütze einsatzbereit hatte nachdem armer eli erreicht war wurde gegen das festgesetzte tagesziel die höhen nördlich am eli angetreten die zweite batterie unterstützte hierbei teile des jägerregimentes 49 die erste batterie teile des jägerregimentes 83 der angriff gewann nur langsam an boden da sich der feind sehr zäh verteidigte ein starker russischer panzer angriff wurde erfolgreich zerschlagen die zweite batterie wurde aus dem kampf herausgezogen um sich am zweifingersee etwa fünf kilometer südwestlich armer eli für eine koa vorausabteilung bereitzustellen sie traf dort gegen 19 uhr ein das tagesziel wurde mit teilen der panzer division am abend erreicht die geschütze wurden nach armer eli zurückgezogen und verblieben dort die nacht am nachmittag setzte ein bis zum anderen morgen anhaltender wolkenbruchartiger regen ein der das gelände ungangbar und jede fahrzeug bewegung fast unmöglich machte damit ist uns neben dem russen ein neuer sehr gefährlicher feind entgegengetreten der regen und der schlamm die straßen und wege sind wie von seife überzogen fast haben die zugmaschinen schwierigkeiten durchzukommen der regen hat manches verderben aber es wird auch so gehen es muss infolge des anhaltenden regens konnten die regimente am morgen des 10 mei 1942 den angriff zunächst nicht fortsetzen da eine unterstützung durch schwere waffen nicht voll gewährleistet war die erste und die dritte batterie wurden auf zusammenarbeit mit dem jegermann 83 angewiesen die zweite batterie stand am zweifingersee für die core vorausabteilung die infolge der schlechten wegeverhältnisse zunächst nicht starten konnte bereit am späten vormittag stellte sich das jegermann 83 mit den beiden batterien auf höhe 60 zum angriff auf die bahnlinie sesmisotka august tobe bereit um 15 uhr trat das regiment über die höhe 60 flugplatz august tobe auf die eisenbahnlinie an die dritte batterie unterstützte das zweite bataillon die erste batterie das linke rückwärts gestaffelte flankenbataillon zwischen beiden batterien fuhr der abteilungs kommandeur hin und her den sturmgeschützen boten sich zunächst in der hauptsache infanterie ziele vor allem in den flanken der angriff konnte flüssig ohne große verluste mit sehr wirksamer unterstützung der sturmgeschütze vorgetragen werden 16 uhr erreichte die infanterie die bahnlinie danach holten die panzer der 22 panzerdivision zum angriff an um um ostwärts august tobe weiter durchzustoßen sie kam gerade zum richtigen zeitpunkt um einen heftigen russischen panzer angriff in stärke von etwa 30 hauptsächlich schweren panzerkampfwagen den nur drei sturmgeschütze der dritten batterie gegenüberstanden abzuwehren in hartem feuerkampf wurden zahlreiche panzer außer gefecht gesetzt beziehungsweise vernichtet in der dämmerung fuhren die sturmgeschütze hinter die höhe 60 zurück um dort munition und betriebsstoff aufzufüllen die versorgung musste mit der 18 tonnen zugmaschine durchgeführt werden da das gelände für die übrigen fahrzeuge unbefahrbar war die erste batterie wurde nach amaedi zurückgezogen während die dritte batterie hinter der höhe 60 zu ruhe überging die dritte batterie stand am 11 mai 1942 beim regimentsgefechtsstand jägerregiment 83 der gegen abends stellungswechsel an den bahndamm in gegend ses misotka machte während die batterie in reserve stand und an diesem tag nicht zum schuss kam die zweite batterie gliederte sich am 11.05 1942 am zweifingersee in die vorausabteilung oberstmüller ein da die räderfahrzeuge der vorausabteilung infolge der schlechten wegeverhältnisse noch in dallen kamischli lagen entschloss sich der führer der vorausabteilung die sechs sturmgeschütze mit fünf gruppen infanterie in marsch zu setzen die gegen abend minarelli schiban erreichten die erste batterie wurde um 11 uhr der 170 division unterstellt und stand auf abruf in amaeli bereit um 15 uhr setzte sich die batterie nach minarelli schiban in marsch um mit dem infanterie regiment 399 den angriff auf agibel zu unterstützen obwohl das dorf feindfrei war wurde das ziel nicht erreicht da die infanterie infolge des stark flankierenden feuers von rechts und links nicht vorgehen konnte bei dem kämpfen wurde gegen abend leutnant hennings durch granatwerfer schwer verwundet die schwere wunde im rücken und am hals lässt leider nicht hoffen dass leutnant hennings bald zur abteilung zurückkehren kann die abteilung und die erste batterie verlieren einen ihrer besten offiziere der durch seinen frischen angriffsgeist und seine kameradschaftlichkeit überall freunde gefunden hatte die erste batterie blieb zur nacht in minarelli schibahn um 22 uhr schieh die abteilung aus dem verband der 28 leichten division aus und wurde ohne zweite batterie der 170 division unterstellt der kommandeur der 28 leichten division general deunan sinhuber sprach durch funkspruch der abteilung für hervorragende und besonders erfolgreiche unterstützung seiner division in schweren kampftagen seine anerkennung aus am 12.05 42 unterstützten erste und dritte batterie die infanterie regimenter 399 und 391 bei den verfolgungskämpfen über agibel nach sem kolordesi die erste batterie kam bis tschokul der feind versuchte verzweifelt sich von unserer infanterie zu lösen wegzukommen und seine schweren waffen und fahrzeuge unserem angriff zu entziehen nachdem die höhe erreicht war wurde der vorstoß nach norden und der führung des kommandeurs abgedreht die sturmgeschütze wurden vor der infanterie in richtung sem kolordesi vor um die russische kolonne im rückzug nach osten abzuschneiden am süd ost ausgang von sem kolordesi wurden zwei russische panzer und eine 7 62er kanone vernichtet infanterie widerstand wurde kaum geleistet damit war die rückzugstraße abgeschnitten verlassene schwere geschütze flakgeschütze lkw flugzeuge und ein versorgungsstützpunkt fielen in unsere hände einem dorf sem kolordesi zum entsetzen der infanterie geserven auftauchender russischer panzer wurde durch ein ohne munition auf der rückfahrt befindliches sturmgeschütz in ein graben manövriert die besatzung drei offiziere und ein mann wurden gefangen genommen in der nacht wurde den batterien durch 18 tonnen zugmaschinen munition und betriebsstoff zugeführt die zweite batterie stieß mit der vorhut der vorausabteilung ohne feind berührung bis nördlich agibel vor feindwiderstand wurde erst bei dem dorf kalneges und den höhen nördlich davon geleistet nach ausschaltung des aus osten kommenden starken flankenfeuers gelang es der batterie von westen und süden angreifend die feindliche infanterie aus ihren stellungen zu werfen und den nunmehr angeschlagenen gegner kesselförmig zusammenzutreiben der vormarsch der vorausabteilung ging bis punkt 70 vier kilometer nördlich leninskoje ohne weiteren feindwiderstand vorwärts nach überwindung des widerstandes auf diesem punkt wurde noch in der nacht die höhe 151 genommen um dem feind nicht gelegenheit zu geben sich in der nacht auf diese höhen erneut festzusetzen die verstärkte vorhut der vorausabteilung bildet in der nacht in gegend karmisch kilechi ein egel die wege verhältnisse waren wieder erträglich geworden der schlamm war so weit abgetrocknet dass er kein wesentliches hindernis mehr bildete am 13 mai 1942 wurde die erste batterie dem infanterieregiment 391 die dritte batterie dem infanterieregiment 399 zum marsch über leninskoje kamisch kilechi sochose fontan nach sultanovka zugeteilt junge 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 die wollen das heute echt wissen mit diesen ortsnamen verdammt noch mal okay vorausabteilung oberstmüller brach den erheblichen feindwiderstand an einem panzergraben circa fünf kilometer vor sultanovka hinter dem panzergraben hatten die russen mehrere panzerkampfwagen also kw1 in stellung gebracht die die ganze former straße einsehen konnten nach ausschaltung dieser kw1 konnte die vorausabteilung ohne größeren widerstand sultanovka nehmen etwa gegen 15 uhr wurden von sultanovka aus die höhen 85 7 84 6 und 126 4 angegriffen und diese ohne nennenswerten feindwiderstand genommen hierzu waren das infanterieregiment 105 mit der ersten batterie und das infanterieregiment 399 mit der dritten batterie rechts der straße eingesetzt die vorausabteilung mit der zweiten batterie war links dem infanterieregiment 105 angelehnt gegen abend nahm die erste batterie mit einigen aufgesessenen schützen des infanterieregimentes 399 den ort michailovka ohne widerstand ein die lang erwartete sondermeldung kommt und besagt dass die durchbruchsschlacht siegreich beendet ist und der feind in richtung kerch verfolgt wird am 14 5 42 wurde die vorausabteilung oberstmüller aufgelöst die zweite batterie trat in den abteilungsverband zurück die abteilung griff mit dem infanterieregiment 213 gegen 6 uhr von den höhen 126 4 längs der straße nach kerch an die zweite batterie blieb zunächst in reserve im verlauf des angriffes wurden die höhen 99 2 103 5 127 3 und 131 7 mit ihren südostwärtigen ausläufern genommen die höhen waren stark besetzt zum teil durch artillerie das feuer aus den offenen flanken besonders von rechts machte sich sehr unangenehm bemerkbar die sturm geschütze konnten die infanterie mit gutem erfolg unterstützen wobei stellung geschütze salm geschütze panzer kampfwagen usw wirksam bekämpft oder vernichtet wurden da die dritte batterie gegen 10 uhr auf munitionieren musste wurde die zweite batterie vorgezogen nachdem die höhe 127 3 genommen war wurde der angriff in einem zuge richtung 131 7 fortgesetzt und gleich einige geschütze im schlamm stecken blieben unterstützten die restlichen geschütze des regiment 213 bis zur erreichung des angriffsziels des tages höhe 131 7 mit ihren südostwärtigen ausläufern von dieser höhe aus konnte der angriff auf die stadt kerch zunächst nicht weiter geführt werden da das abfallende gelände vom feind ausgezeichnet einzusehen war und mit schwerster artillerie überwacht wurde inzwischen hatte die abteilung den befehl bekommen eine batterie auf das regiment 391 anzuweisen die erste batterie wurde damit beauftragt der abteilungskommandeur fuhr zur division zurück dort wurde auf seinen vorschlag auch die zweite batterie dem regiment 391 zugeteilt die erste batterie traf gegen 14 uhr beim regiment 391 ein bekam hier den befehl den angriff auf höhe 118 8 richtung auf 119 dann weiter auf soldat kaya schlobotka zu unterstützen der angriff ging zunächst gut vorwärts wurde dann durch starken widerstand aufgehalten der abteilungskommandeur traf mit dem chef der zweiten batterie gegen 17 uhr ebenfalls beim regiment 391 ein auf wunsch des regiment kommandeurs soll die batterie dem rechten bataillon zur unterstützung nachgeführt werden bei dem vorziehen der geschütze wurde die batterie entgegen den erwartungen des regimentes durch einen starken infanterie angriff aus der rechten flanke aufgehalten die batterie trat dem angriff mit wenigen zur sicherung zur verfügung stehenden infanteristen entgegen da die russen wegen großer überlegenheit weiter vorwärts drangen standen die geschütze bald alleine in einem schwierigen feuergefecht bei dem sich die bedienung mit mp und handgranaten verteidigten während dieses angriffs war es den russen gelungen bei einem geschütz die kette zu sprengen unter schutz von künstlichem nebel gelang es der batterie die verwundete bedienung wachmeister wüstner schwer verwundet auf die anderen geschütze zu übernehmen und sich zurückzuziehen inzwischen waren die teile des linken bataillons ebenfalls durch einen russischen gegenangriff im zurückfluten sie wurden vom abteilungskommandeur am bahndamm vier kilometer südlich kerch aufgehalten und ihnen munition mit führerwagen der abteilung zugeführt da es inzwischen dunkel wurde zog sich die erste und zweite batterie nach punkt 119 beziehungsweise südlich davon zurück inzwischen hatte die dritte batterie die weiterhin beim regiment 213 verblieben war dieses regiment beim angriff auf punkt 140 und auf den stadtrand von kerch unterstützt vier geschütze die am mittag stecken geblieben waren trafen unter führung von leutnant führen schuss gegen 17 uhr ein sie wurden rechts vom regiment 213 am linken flügel des regimentes 391 eingesetzt der zug unterstützte hier wirksam die infanterie es gelang hier ebenfalls in den stadtrand einzubrechen dann wirkte sich jedoch der russische gegenangriff aus der rechten flanke aus die infanterie wich auch hier zurück der feind griff ohne rücksicht auf verluste zum teil betrunken an die geschütze wurden umzingelt und mit handwaffen aus nächster nähe angegriffen die bedienungen verteidigten sich bei inzwischen eingetretener dunkelheit mit mp pistolen und handgranaten und erreichten so die eigenen linien hier bei vielen leuten an führen schuss und gefreiter röstel die übrigen wurden verwundet brachte aber die geschütze trotz ihrer verwundung zurück es war besonders bitter so kurz vor dem ziel unseren führen schuss zu verlieren er hatte sich große sympathien erworben seine schlichte bescheidene art hatte ihn alle herzen gewinnen lassen vor dem feinde hat er sich so oft als umsichtiger und angriffsfreudiger zugführer bewährt der 14. mai hatte so der abteilung große erfolge gebracht leider aber auch diesen schweren verlust zweier alter geschützführer leuten an führen schuss und wachmeister wüstner die abteilung sammelte sich am morgen des 15.05.1942 in woikow von hier aus wurden zur einnahme und säuberung von kertsch die erste batterie mit dem infanterie regiment 213 zugeführt während die dritte batterie mit den restlichen zwei geschützen der batterie die im regiment 391 zur säuberung der höhe 108,4 und des steinbruches zugeteilt wurde die restlichen drei geschütze der dritten batterie unter führung von hauptmann neta blieben zunächst in reserve wurden dann später zur säuberung von kertsch beim infanterie regiment 213 eingesetzt am nachmittag wurde der zugleutnant buff dem infanterie regiment 399 nach bulganak zugeführt um dort am abend noch einen angriff auf achim uschkai zu unterstützen also ich bin mir tatsächlich nicht sicher aber gibt es diese orte wirklich oder haben die das nur da reingeschrieben um mich zu ärgern gut zugleutnant buff ging in bulganak erste und rest dritte batterie am ostausgang kertsch zur ruhe über die restlichen drei geschütze unter führung von oberwachmeister schädlich wurden der ersten batterie unterstellt leutnant buff blieb am 16.45 mit seinen vier geschützen zunächst beim infanterie regiment 399 kam aber später zum rechts eingesetzten infanterie regiment 105 während die erste batterie mit unterstelltem zug schädlich den häuser und straßenkampf des infanterie regiments 213 auf kolonke wirksam unterstützte gegen mittag wurde hauptmann kardeno durch panzerbüchsengeschoss schwer verwundet damit fiel ein dritter offizier und sogar ein bewährter batterie chef aus die führung der ersten batterie übernahm oberleutnant dr röwer hauptmann caesar konnte wieder die zweite batterie übernehmen die unterstützung durch den zugleutnant buff beim infanterie regiment 105 gestaltete sich insofern schwierig als der ort achim uschkai nur zum teil von unseren truppen besetzt war auch das gelände also steinbrüche bot große schwierigkeiten einzelunternehmungen des regimentes waren ohne erfolg der feind fügte vor allem durch scharfschützen unseren truppen verluste bei der tag verlief ohne jeglichen geländegewinn am mittag gab der rundfunk die sondermeldung vom fall der stadt und des hafens kerch bekannt im nordosten finden noch heftige kämpfe statt der sieg ist unser umso trauriger dass wir in dieser stunde unseren führen schuss und den mit ihm gefallenen gefreiten röstl zu grabe tragen müssen auf dem heldenfriedhof der 170 division bei starry krim wurden sie bei herrlichstem sonnenschein beigesetzt sie werden uns unvergessen bleiben alle einsatzbereiten geschütze des korps also abteilung 190 197 und 249 also 22 an der zahl werden am 17 mai 1942 zusammengezogen um die straßenkämpfe zu ende zu führen und vor allem um das hüttenwerk zu nehmen sieben geschütze blieben zunächst reserve gegen 11 uhr wurden sie unter führung von hauptmann neta mit dem infanterie regiment 399 auf zusammenarbeit angewiesen ein flankenangriff des gegners aus nordost konnte zusammengeschlagen werden ab 15 uhr unterstützten die geschütze den angriff vom zweiten bataillon auf den stadtteil kapani bei schwierigen gelände ging der angriff flüssig vorwärts starker natürlicher nebel verhinderte weiteren einsatz am 18 mai 1942 um 1430 angriff nach südwesten auf den ort nördlich des hüttenwerkes und den nördlichen teil des hüttenwerkes selbst der angriff rollt gut vor am abend richten sich die geschütze zur abwehr an ort und stelle ein am 19 mai und zu uhr erfolgt ein überraschender angriff der russen in stärke von zwei bis drei kompanien infolge der dunkelheit gelang ein einbruch die geschützbedienung mussten sich zum teil mit mp und handgranaten verteidigen bei helligkeit konnte die lage übersehen und schnell bereinigt werden der tag verlief weiterhin ruhig am abend kam die sondermeldung vom abschluss der kämpfe auf der halbinsel kertsch drei armeen wurden vernichtet über 150.000 gefangene gemacht ein stolzer erfolg der die operation an der übrigen front günstig beeinflussen wird der 20 mai war mit häuser und straßen kämpfen ausgefüllt es gab große erfolge am 21 mai wurden die geschütze nach dem ausdruck des dankes der vollsten zufriedenheit durch den regiments kommandeur des infanterieregimentes 391 entlassen um 18 uhr meldet sich der kommandeur bei der 170 division ab auch der divisions kommandeur spricht seine vollste anerkennung aus am 22 mai um 6.40 rückt der gefechtsstab nach feodosia zurück am abend erreichen die räderfahrzeuge die trossstellung 23 mai erreichen die kettenteile die trossstellung am nachmittag besucht der kommandeur im feldlazarett stary krim leutern hennings das schlimmste scheint überstanden zu sein dennoch ist bei der art der verletzung mit komplikation zu rechnen am abend ist alles wieder im alten quartier und feiert bei einer flasche wein den großen erfolg an dem alle teile der abteilung ihren anteil haben die abteilung hat auf der halbinsel kerch folgende erfolge zu verzeichnen vernichtet 80 panzerkampfwagen hiervon 16 kw1 und 1 kw2 ein panzerspähwagen vier stalinorgeln zwei salvengeschütze 102 geschütze davon 20 162 14 mal flack 42 mal pack 7 granatwerfer 50 schwere mgs 13 panzerbüchsen 7 bunker und sechs zugmaschinen und dazu 21 lkws außerdem wurden mehrere leichte infanteriewaffen und andere fahrzeuge erbeutet in diesen zahlen sind nicht enthalten die zahlreichen waffen und fahrzeuge die der feind bei seiner eigenen flucht hat stehen lassen müssen und zu deren erfassung die abteilung infolge der kampfhandlung und des raschen vormarsches keine gelegenheit hatte am 23 mai wird wachmeister wüstner wegen tapferkeit vor dem feinde zum oberwachmeister befördert die pfingsttage bringen die verdiente ruhe das herrliche wetter verlockt zu spaziergängen und fahrten ins gebirge und an die küste des schwarzen meeres am 2. pfingsttag fährt der kommandeur zur 22 infanteriedivision und meldet sich dort am tag darauf wird oberwachmeister tadje leutnant wird einem rangdienst alter vom ersten zehnten 39 die abteilung freut sich dass unser bewährter tadje nun offizier ist wir wünschen ihm alles weitere kriegsglück und heißt es allmählich abschied nehmen von feodosia coctebel nasib neu und akameles der stab und die stabs batterie nehmen ja ganz gerne abschied aber die batterien die aussicht in die gegend von sevastopol zu kommen die von truppen voll belegt ist ist für die batterien nicht allzu verlocken zelten nun wenn das wetter so sommerlich warm bleibt macht es freude zunächst ist oberleutnant eirich mal mit einem vorkommando voraus und wird die zimmer schon bestellen der letzte abend in feodosia ist wie alle anderen auch am frühen morgen des 28.05.1942 starten die räder teile und erreichen über syspferopol ihren neuen unterkunftsbereich stab stabs batterie erst und zweite batterie werden in konstantinovka untergebracht die dritte batterie lässt sich wieder in respektvoller entfernung von der abteilung nieder in werch jak murci die unterkünfte sind recht ordentlich die bisher unbelegten dörfer machen einen durchweg sauberen eindruck die frauen und mädchen arbeiten über tag fleißig auf den feldern es ist ein land wo milch und honig fließen auch landschaftlich ist die gegend durchaus reizvoll nach simpferopol ist es auch nur eine halbe stunde autoweg soldatenheim kinotheater ob wir dazu zeit haben die abteilung wird ohne eine batterie der 22. id unterstellt die dritte batterie der 132. id die zusammenarbeit mit der wohlbekannten und altbewährten 22. wird uns besonders freude machen wir besuchen unsere verwundeten in syspheropol den meisten geht es recht erfreulich nur hauptmann cardenius steckschuss im kopf macht große schwierigkeiten leutern hennings liegt noch in starry krim und wartet auf den transport in die heimat am 29. mai werden die gleiskettenfahrzeuge unter führung von hauptmann neta in sarigol verladen leider wurde durch einen bombenangriff auf unsere alte unterkunft in feodosia ein mann des nachkommandos getötet und einer verwundet zwei tage später treffen die gleiskettenfahrzeuge in den batterieunterkünften ein wir sind nun alle wieder beisammen erkundungen und besprechungen lösen einander ab die ruhe für die batterie wird wohl nicht von langer dauer sein das thermometer steigt auf über 30 grad am 1. juni spricht der kommandeur vor der gesamten abteilung allen offizieren und offizieren und mannschaften seine besondere anerkennung für die beim einsatz gezeigten leistung aus er gedenkt den gefallenen und verwundeten er übermittelt die verleihung des ek1 an leutnant führenschuss leutnant hennings und leutnant dammann am 2. juni lässt der starke einsatz der luftwaffe drauf schließen dass der tag a5 gekommen ist am 3. sechsten 42 rückt die zweite batterie in ihre neue unterkunft nach bachtschüsserei ein ein tag später zieht auch die erste batterie nach bachtschüsserei um starbs und starbsbatterie beziehen unterkunft in sysvastinovka acht kilometer nordwestlich bachtschüsserei die dritte batterie verbleibt in werch jakmurzi nun ist der einsatz störfang mit den regimentern bis in jede einzelheit besprochen die abteilung sieht dem angriff zuversichtlich entgegen der abteilungsgefechtsstand wird in die nähe des gefechtsstandes der 22. id ein kilometer südwestlich du wankoi verlegt die abteilung ohne dritte batterie ist der 22. unterstellt die erste batterie ist mit dem infanterieregiment 16 die zweite batterie mit dem infanterieregiment 47 auf zusammenarbeit angewiesen die dritte batterie ist mit drei geschützten der 132. id unterstellt und mit dem infanterieregiment 436 auf zusammenarbeit angewiesen der einsatz auf die festung sevastopol ist mit den regimentern bis in jede einzelheit besprochen die batterien beziehen in der abendämmerung ihre bereitstellungsräume am 7.6 rückt die erste batterie um drei uhr aus dem bereitstellungsraum ab da reicht um vier uhr den hang des buzebergs ein weiter marsch ist infolge starker verminung des hanges zunächst nicht möglich die der batterie zugeteilten pioniere sind nicht eingetroffen so dass die geschützbedienung obwohl ihnen jegliche erfahrung und ausbildung fehlt selbst entminen müssen hierbei fällt oberleutnant dr röwer durch kopfschuss oberleutnant ebinger übernimmt die führung der batterie gegen fünf uhr kann die batterie den marsch fortsetzen und erreicht gegen sechs uhr auf der bürste ihre bereitstellung um 10.45 Uhr greift das bataillon nach artillerie vorbereitung auf den bunkerberg an die unterstützung durch sturmgeschütze ist in dem unübersichtlichen buschgelände äußerst schwierig und infolge gefährdung der eigenen infanterie oft unmöglich der angriff gewinnt nur langsam an boden am abend wird die batterie in den bereitstellungsraum zurückgezogen zweite batterie rückt um drei uhr aus dem bereitstellungsraum ab überquert eine schlucht und bleibt auf halbem hang des buseberges vor einer minensperre liegen nach mehrstündigem warten wird durch zwei pioniere eine gasse geschaffen die die batterie um sieben uhr durchfährt um acht uhr erreicht die batterie den nächsten punkt und unterstützt in äußerst schwierigen gelände in hartem kampf beim angriff auf den eisenbahnberg gegen mittag sind teile des ersten und dritten bataillons auf dem eisenbahnberg eingeschlossen verbindung zu den gefechtsständen besteht nicht mehr die batterie liegt unter starkem feuer schwerer artillerie und granatwerfer zweimal wurde die batterie von tiefliegern mit bomben und bordwaffen angegriffen angreifende russische infanterie wird auf kürzeste entfernung bekämpft und zurückgeschlagen gegen abend wird die batterie durch ungesäubertes noch besetztes gebiet zurückgezogen die dritte batterie durchbricht in hartem kampf die stellung nördlich belbeck unterstützt den weiteren angriff auf den ölberg die abfahrt auf dem telegrafen weg gestaltet sich durch pausenlosen beschuss vom anderen ufer und durch minensperren sehr schwierig alle drei geschütze fallen aus zwei durch artillerietreffer eins durch minen der helden tod von oberleutnant dröwer ist für uns alle ein harter schlag wieder ist ein altbewährter sturm artillerist von uns gegangen die lücke die sein tod hinterlassen hat ist nicht auszufüllen unser onkel louispold wird uns immer vor augen stehen wenn wir später an unsere abteilung zurückdenken viele schöne stunden und stunden des kampfes haben wir mit ihm verlebt und immer war sein humor und seine jungenhafte frische es die uns auch froh machten am 8.06.1942 rückt die erste batterie um drei uhr aus der bereitstellung ab und erreicht nach mehrstündigem marsch den eisenbahnberg unterwegs müssen packgeschütze angehängt und bei zwei geschützen ketten die da ausgewechselt werden beim zweiten bataillon trifft die batterie gerade rechtzeitig ein um erfolgreich einen starken feindlichen angriff abschlagen zu können darauf stößt die batterie zum dritten bataillon dem sie zur unterstützung des angriffes zugeteilt war der angriff ging mit erfolgreicher unterstützung der geschütze gut vorwärts das bataillon erreicht um 17.30 den panzer graben gegen abend zieht sich die batterie in die kampfschließlucht zurück die dritte batterie kam nicht zum einsatz am nachmittag wurde unser oberleutnant dr röwer auf dem heldenfriedhof bei bach schisserei beigesetzt und einem berg von blumen schläft er den letzten schlaf etwa 50 kameraden waren angetreten und gaben ihm das letzte geleit nach den worten eines kriegsfahrers sprach leutnant dr probst anstelle des im einsatz befindlichen kommandeurs die abschiedsworte der ehrensalut über dem offenen grabe beendet die würdige feier am 9.06 1942 unterstützt die erste batterie um 8 uhr den angriff des infanterieregimentes 16 auf den bahnhof mckenzie v gori der angriff geht gut vorwärts die geschütze können die infanterie durch vernichtung und bekämpfung von bunkern und feldstellung wirksam unterstützen mehrere feindliche geschütze werden nach hartem feuerkampf vernichtet am abend wird die batterie in die artillerieschlucht zurückgezogen die zweite batterie bezieht um 8 uhr ein bereitstellungsraum nördlich des panzergrabens sie ist für den angriff dem infanterieregiment 47 wird sich zugeteilt und folgt diesem unter starkem atedriefeuer nach schaffen eines überganges über den panzergraben und einer minengasse der angriff auf punkt 321 kann von der batterie gut unterstützt werden und geht flüssig vorwärts bleibt aber auf 321 liegen da kein anschluss nach links vorhanden ist die batterie steht beim batterionsgefechtsstand in bereitstellung der starken feuer schwerer feindlicher und zu kurz schießender eigener batterien mehrfach wird sie von tiefliegern angegriffen 18 uhr wird die batterie zum auftanken und munitionieren an den buseberg zurückgezogen die dritte batterie kam nicht zum einsatz am 10.06.1942 bleibt die erste batterie weiterhin dem infanterieregiment 16 unterstellt obwohl das regiment nicht angreift wird die batterie vorgezogen da ein panzerangriff erwartet wird 16.30 unterstützt die batterie einen angriff des regiments auf drei häuser der flüssig vorwärts geht zahlreiche feldstellung und bunker können für die infanterie sturmreif gemacht werden gegen abend schlägt die batterie einen feindlichen gegenangriff unter hohen verlusten für den gegner ab 21 uhr wird die batterie in die artillerieschlucht zurückgezogen die zweite batterie untersteht weiterhin dem infanteriegiment 47 und wird dem bataillon bosse zugeteilt beim vorrollen fahren zwei geschütze auf minen so dass der angriff auf 328 nur durch zwei geschütze unterstützt wird der angriff bleibt in folge zu starken mg und artilleriefeuers liegen die batterie wird zum regiments gefechtsstand zurückgezogen um 21 uhr erfolgt ein bombenangriff die bomben fielen mitten zwischen die geschütze und in die bereitstellung einer batterie schwerer werfer deren munition sofort entzündet wurde eingeschützt wurde durch treffer eines werfergeschosses beschädigt weitere verluste entstehen nicht die batterie wird in die melzer schlucht zurückgezogen die dritte batterie unterstützt das infanterie regiment 436 im angriff nördlich man kennt sie wie gori entlang der bahn über 619 auf die kaserne vom feinde eingesehen unter dauerndem artilleriebeschuss können zahlreiche widerstandsnester niedergekämpft werden das gelände bietet durch die tiefen trichter große fahrschwierigkeiten der 11.06.1942 ein schwarzer tag für die abteilung in den frühen morgenstunden liegt schwerstes artilleriefeuer in der artillerieschlucht durch volltreffer werden oberleutnant ebinger und seine bedienung in der ruhestellung schwer verwundet oberleutnant ebinger und der ladekanonier gefreiter knöss erliegen ihren verletzungen das geschütz fällt aus nun ist auch oberleutnant ebinger nicht mehr unter uns wieder ein altbewährter sturm artillerist der von anfang an bei der abteilung war mit mitreißendem schwung höchster tapferkeit und ruhiger umsicht hat er sein geschütz in den kampf geführt wird immer als vorbild eines stets einsatzbereiten offiziers in unserer erinnerung bleiben sein bescheidenes wesen und echte kameradschaft werden ebenso unvergessen bleiben leutnant töpfer übernimmt die führung der batterie die batterie wird dem infanterieregiment 47 unterstellt und unterstützt zusammen mit der zweiten batterie den angriff des regimentes der in folge starken flankenfeuers liegen bleibt nach rechts und links besteht kein anschluss von 328 wirken die geschütze vor den streifen des nachbarregimentes das infolge dieser unterstützung gut vorwärts kommt das geschütz von leutnant töpfer erhält einen volltreffer wodurch die bedienung verwundet wird der kommandeur erreicht ihm das ek1 leutnant töpfer erliegt seine verletzung fünf tage später das geschütz wird zurückgefahren es ist ein wahres unglück mit der ersten batterie nun muss sie auch noch leutnant töpfer verlieren er hat sich in der kurzen zeit die er bei der ersten batterie war durch sein ruhiges selbstloses wesen viele freunde gewonnen im einsatz bewährt er sich durch angriffsfreude und umsicht auch er gehört in die reihe der unvergessenen am nachmittag sollen beide batterien den angriff des rechten battalions unterstützen da das battalion zu schwach ist kann der angriff nicht durchgeführt werden die geschütze bekämpfen mit gutem erfolg bunker und widerstandsnester vor dem zweiten battalion das aber den erfolg leider nicht mehr ausnutzen kann am abend werden beide batterien in die melzer schlucht zurückgezogen die dritte batterie unterstützt das infanterieregiment 436 im angriff auf die neuhaushöhe bei außerordentlich hartem widerstand werden gräben feldstellung und schwere infanteriewaffen bekämpft mit einverständnis der 22 idee wird die erste batterie aus dem kampf genommen sie gibt ihre geschütze an die zweite und dritte batterie ab am 12 juni wird die zweite batterie nicht eingesetzt der ruhetag wird mit dringend notwendigen instandsetzungsarbeiten ausgefüllt am nachmittag wird die batterie dem infanterieregiment 16 zur wegnahme des forts stalin unterstellt der batteriechef meldet sich auf dem regimentsgefechtsstand und nimmt an den besprechungen beim infanterieregiment 16 teil die dritte batterie unterstützt die fortsetzung des angriffs auf die neuhausstellung unter ausnutzung der dunkelheit war es teilen des ersten bataillons gelungen bis zum kampf vorzudringen war dort jedoch abgeschnitten und eingeschlossen worden die batterie stieß von osten her dem feind in die flanke verschaffte so dem bataillon eine entlastung ein geschütz fiel durch arterie volltreffer total aus am nachmittag wurde oberleutnant ebinger zu grabe getragen nicht weit vom grabe rövers findet er seine letzte ruhestätte wieder spricht leutnant dr probst die abschieds worte wieder krachen die salben wieder ist einer der besten zur letzten ruhe gebettet hauptmann braun übernimmt die führung der ersten batterie der ehrentag der zweiten batterie 13 juni 42 rückt die zweite batterie um ein uhr aus der melzer schlucht ab und erreicht um drei uhr die ausgangsstellung nach hartem und schweren ringen der sturmgeschütze sturmpioniere und infanterie wird das vor stalin um fünf uhr dreißig genommen die batterie bekommt von beiden seiten schweres flankenfeuer bleibt aber dennoch zweieinhalb stunden auf der höhe um der infanterie den ausbau der neuen stellung zu erleichtern nachdem mehrere geschütze treffer erhalten haben wird die batterie zurückgezogen mit dem vor stalin ist ein beherrschendes bollwerk und die schlüsselstellung der nördlich der severnaia bucht liegenden verteidigungsanlagen gefallen der einsatz der zweiten batterie war hervorragend hauptmann cesar erhält noch auf dem schlachtfelde vom divisionskommandeur general wolf das ek1 persönlich verliehen wir sind alle stolz auf unsere zweite batterie der dritten batterie gelingt es mit dem ersten und zweiten bataillon infanterie regiment 437 die neuhaushöhe in besitz zu nehmen die kämpfe um die neuhaushöhe erfordern vor allem wegen der offenen flanke und den außerordentlichen geländeschwierigkeiten den einsatz aller doch der schwarze meistert alles 146 1942 wird die zweite batterie mit ihrem chef hauptmann cesar im wehrmachtsbericht genannt die batterie ist mit den instandsetzungsarbeiten an den geschützen beschäftigt die dritte batterie erreicht am 14 das knie des panzergrabens sie greift mit dem regiment 437 nach norden zur entlastung des regimentes 213 an und macht diesem die flanke und den rücken frei am vormittag wurde der zug oberach meister lange mit oberarzt dr förster nach bergung verwundeter in die vorderste linie geschickt ein verwundeter konnte geborgen werden wegen zu starken artilleriefeuers mussten sich die geschütze zurückziehen gegen 17 uhr wurde der zug leutnant wagner dem infanterieregiment 47 zur säuberung des bahngeländes südlich bahnhof mckenzie wie gori unterstellt um 19 uhr beginnt die säuberung mit pionieren bei einbrechender dunkelheit wird der zug zurückgezogen die dritte batterie trifft die vorbereitung und erkundung für den morgigen angriff vor allem werden dringend notwendige instandsetzungsarbeiten erledigt am 17 6 rückt die zweite batterie um ein uhr von der melzer schlucht ab zur wegnahme des forts sibirien war sie dem infanterie regiment 65 unterstellt worden die batterie wurde durch die infanterie verkehrt eingewiesen so dass sie erst spät den anschluss an das regiment fand der angriff auf sibirien ging sehr flüssig vorwärts die batterie schaltete vor allem flankierung vom gpu aus die batterie unterstützte den angriff auf öllager und tunnel das gelände fiel zur severnaia bucht ab und war vom südufer einzusehen so dass die batterie sehr starkes artilleriefeuer erhielt als die infanterie nicht weiter vorkam wurde die batterie zurückgezogen am nachmittag versuchte der kommandeur persönlich mit der batterie den angriff auf öllager und tunnel erneut vorwärts zu treiben aber infolge noch stärkerem artilleriefeuers und direkten beschuss von 7,62 zentimeter geschützten war auch jetzt ein vorwärts kommen der infanterie nicht möglich so dass die sturmgeschütze sich wieder zurückziehen mussten da der südrand der bucht weder durch stuka noch durch eigene artillerie niedergehalten oder geblendet wurde erhielt die batterie wiederum stärkstes artilleriefeuer den panzern war es möglich das feuer zu durchfahren während die geschütze die nur langsam vorgehende infanterie begleiten verschiedenen versuchen des batteriechefs die geschütze aus der flanke unbemerkt an den feind heranzubringen scheiterten überall wo sich ein geschütz sehen ließ lag sofort starkes feuer schwerer und schwerster kaliber der angriff der infanterie wurde an diesem morgen nicht unterstützt sondern durch die anziehung des artilleriefeuers nur gehemmt 13 uhr wurde die batterie zurückgezogen um dringend notwendige instandsetzungsarbeiten durchzuführen am 20.06 1942 wurde mit zahlreichen von sturmgeschützen unterstützten stoßtruppen in das vor lenin eingebrochen und das vor system besetzt ferner langes in das küsten vor bei punkt 652 einzudringen und in das nachbar vor einzubrechen am ende der harten kämpfe wobei die panzer türme des küsten vor von den sturmgeschützen mit panzergranaten zertrümmert wurden waren die genannten vors fest in unserer hand 22 juni unterstützt die zweite batterie den angriff auf steil knick zunächst mit guter wirkung im weiteren verlauf des angriffes fallen in dem schwierigen buschgelände fünf geschütze durch minen treffer oder geländeschwierigkeiten aus da nur noch ein geschützeinsatz bereit ist wird die batterie zurückgezogen am 24.06 war der weg auf die leuchtturm höhe für die geschütze nicht befahrbar hauptmann caesar veranlasst bei der division des pioniere angesetzt werden um den weg zu verbreitern der kommandeur ist an der ruhe erkrankt und wird ins lazarett eingeliefert hauptmann caesar übernimmt die führung der abteilung die batterien bleiben bereitstellung 25.06 1942 an dem tag gewinnen die batterien durch noch besetztes feindgelände auf einem langen umweg um 10.30 anschluss an die vordersten bataillonen in äußerst dichtem vier meter hohen gestrüpp ist eine unterstützung der infanterie in folge gefahr von früh zerspringern nicht möglich trotzdem begleiten die geschütze die vordersten teile der infanterie und greifen mit handgranaten und empie in den nahkampf ein am abend verbleiben die geschütze in der vordersten linie obwohl sie dort nicht die geringsten wirkungsmöglichkeiten haben obmann caesar macht die division darauf aufmerksam dass die geschütze während der nacht weder schießen noch sich bewegen können auf ausdrücklichen befehl des generals bleiben die geschütze vorn 26.06 angriffsbeginn 17 uhr auf langer berg der angriff gewinnt langsam an boden am nachmittag bleibt der angriff des ersten bataillons liegen ein neu angesetzter angriff kommt in folge starken feindwiderstandes und einbrechender dunkelheit nicht zur durchführung unser alter haudegen brückner wird durch einen artillerietreffer schwer verwundet er verliert seinen linken arm aber auch in dieser situation ist seine ruhe bewundernswert beim verbinden liest er seine post die gerade ein melder brachte zweite batterie wird in die zangenschlucht zurückgezogen dritte batterie verbleibt ostwärts sachsenbergs 29. juni die dritte batterie zerschlägt starken widerstand im dorf inkermann und ermöglicht den angriff des infanteriegeriements 72 durch vernichtung mehrerer gepanzerter geschütze und bunker auf der höhe bietet sich für sturmgeschütze ein ausgesprochen günstiges gelände die geschütze können sehr schön erfolge erzielen beide regimente melden an die vision dass der angriff ohne unterstützung der geschütze nicht möglich gewesen wäre die bataillons kommandeure sprechen den batterien ihre vollste anerkennung aus 30.06 42 bleiben die batterien wie bisher unterstellt der angriff geht flüssig vorwärts die batterien können wieder zahlreiche ziele mit erfolg bekämpfen und die infanterie trotz zahlreicher tiefer schluchten und gräben laufend unterstützen die leistungen der geschütze im gelände sind ausgezeichnet und überraschend immer wieder am ersten juli 1942 bleiben die batterien wie bisher unterstellt 12 30 angriff auf stadt sevastopol feind leistet nur noch geringen widerstand die geschütze werden einzeln in stoßgruppen eingesetzt und erreichen mit der infanterie um 13 uhr das panorama auf dem die deutsche flagge gehisst wird um 14 uhr stehen die batterien an der severnaia bucht und werden entlassen vorher aber treten die sevastopol kämpfer noch einmal an diesmal nicht mit der waffe sind angetreten zum empfang ihrer auszeichnung die sich in schweren kämpfen erworben haben besonders freuen wir uns über das ek1 das der oberleutnant röttgermann erhält der sich besonders ausgezeichnet hat oberleutnant dr röwer erhält das deutsche kreuz in gold leider kann unser luitpold es nicht mehr tragen oberleutnant ebinger wird zum hauptmann befördert topmann neta und oberleutnant ebinger werden im ehrenblatt des deutschen heeres genannt am abend vergündet die sondermeldung dem ganzen deutschen volk und der weltöffentlichkeit den fall der stärksten see- und landfestung der welt es ist unvorstellbares geleistet worden jede waffe hat ihren anteil an dem gewaltigen erfolg der die krim endgültig befreit und der südfront die möglichkeit zu weiteren operationen gegeben hat der wehrmachtsbericht meldet bereits dass deutsche truppen im süden und in der mitte der ostfront zum angriff angetreten sind die abteilung kann besonders stolz sein an diesem gewaltigen erfolg ihren ganz besonderen anteil zu haben des öfteren haben regimentskommandeure gemeldet dass ohne den einsatz der sturmgeschütze der angriff nicht hätte vorgetragen werden können in der stunde des sieges denken wir mit besonderer dankbarkeit und ehrfurcht an unsere gefallenen kameraden deren einsatz den erfolg ermöglichte sie sollen uns ein vorbild und verpflichtung sein schnitzel 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 Untertitelung des ZDF, 2020